Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der UX-TDP45. Wir testen für euch jetzt die CO2-Pistole, die Luftpistole. Und zwar haben wir 19 4,5 mm Stahlballs, Munitionkapazität. Wir haben 12 Gramm CO2-Kapsel, die das Ganze betrieben wird. Und wir haben eben die 4,5 mm Stahlballs. Die ganze Pistole hat ca. 3 Joule. Das sind 125 Meter in der Sekunde, die sie zurücklegt. Und da sehen wir eigentlich die Pistole gerade mal. Wir sehen, wir haben hier die Sicherung, wo wir das Ganze sichern können. Wir haben das Magazin, das rauskommt, das man hier befüllen kann. Sobald es voll ist, kann man das Ganze spannen mit dem Spanner. Und wir haben die CO2-Kapseln, die man hier hinten einsetzen kann. Mit dem Spanner spannen, sobald es zuerst eine halbe um drei Uhr mehr. Und das Ganze hat eigentlich Power. Ich kann das Magazin einsetzen. Was wichtig ist bei dieser Pistole, wir haben das Gewicht von 455 Gramm. Und eine Gesamtlänge von 104 Millimeter. Die Reichweite ist bis 300 Meter, wo man mit dieser schiessen kann. Jetzt zeigen wir euch noch, wie das Ganze tut. Die ganze Pistole schiesst. Kostet die ca. um die 50 Euro. Bleibt sehr gut in der Hand. Ist eigentlich eine sehr bequeme Waffe. Und jetzt zeigen wir euch noch, wie die ganze schiesst. Und wie genau das man mit dieser zielen kann. Und wie genau das man mit dieser zielen kann. Und da wäre es dabei, sich zuerst ein und gleichher schiessen kann. Ein Film auf ihr. Und wie geht es währenddorf. Ich kann das jetzt noch mehr so gut es auch. Etwa dann nochmals noch nicht, wenn ich nicht in der Kirche für das und ich nicht in der Kirche verredeậyve. aber ich kann es nicht, dass es nicht in der Kirche für die Kirche für die Kirche oder die Kirche. Aber ich kann es nicht in der Kirche für Kirche aus dem Kirche, Very gut wun. Ich kann es nicht in der Kirche für Kirche, entspricht, sondern wir sind in der Kirche für Kirche für Kirche. Okay.